Jedes Gebäude erhält seinen dauerhaften Wert durch die richtige Betreuung und Pflege. Daher ist es unumgänglich, diese Pflege in die Hände von Experten zu legen. Das Hausbetreuungsunternehmen Atensam in Berlin versteht sich perfekt auf diese anspruchsvolle Aufgabe. Neben den klassischen Hausmeisteraufgaben umfasst das breite Leistungsspektrum auch umfangreiche Büro- und Gebäudereinigungen, Schneeräumungen und die Pflege von Grünflächen aller Art. Die Bekämpfung von unliebsamen Schädlingen rundet das Dienstleistungsangebot des Unternehmens ab. Über 16.000 Liegenschaften, sowohl im privaten als auch im gewerblichen und öffentlichen Bereich, erfreuen sich bereits der ganzheitlichen Hausbetreuung der Firma Atensam. Geben auch Sie die Werterhaltung Ihres Hauses in die pflegenden Hände der Gebäudeprofessionisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.attensam.de